Liebe Erste Klasse, heute sprechen wir über die Korberteile. Der Mund Der Mund Der Arm Der Arm Der Fuß Der Fuß Der Finger Der Finger Das Haar Das Haar Das Auge Das Auge Das Gesicht Das Gesicht Das Gesicht Das Gesicht Das Ohr Das Ohr Das Bein Das Bein Das Bein Das Herz Das Herz Das Herz Das Herz Das Oben Die Hand Die Hand Die Hand Die Hand Der Mund der Arm, der Fuß, der Finger, das Haar, das Auge, das Gesicht, das Ohr, das Bein, das Herz, die Nase, die Hand. Das Buch, Seite 80, der Bookpage 80. Das Haar, das Auge, die Nase, der Mund, das Gesicht, der Arm, das Herz, der Fuß, das Bein, der Finger, das Ohr.